Naja, hab ich jetzt nicht mitgemacht. Na, sonst geh ich noch mal nach oben. Ja, ich kann hier schon mal weiter. Thomas, was hast du für eine QD gerade? Ich hab drei Abschüsse gemacht. Alter? Äh, meine erste Spielsacke ist durch. Obwohl, die hatte nur noch die Hälfte. Ja, okay. Alter. Ich hab noch einen Weg nach unten gefunden gerade. Ja, ich hab das da gerade gesehen. Das ist da noch richtig verzwickt. Ich hol jetzt mal eben erstmal ein bisschen Holz, dass wir uns noch machen können. Da nehme ich meinen versteckten Weg. Der war unter. Alter. Ein Eisblock. War nix mehr. Da fällt sie so durch. Und da ist, äh... Oh. Alter, das ist richtig alles schon wieder von der Rest. Was ist das denn da? Oh. Oh. Nachbarn krillen. Mann. Ich bin auch drin. Alter. Skelett einfach mal. Oh. 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 Der kam von ganz weit unten. Der kam aus meinem Arsch. Oh. Alter. Nee, kam aus meinem Arsch. Ich möchte mir noch nicht mal vorstellen, dass ein Whips aus dem Arsch kommt. Soll er jetzt immer ein Furz aus dem Mund kommen, oder wie? Ja. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Das ganze Mal bei Family Guy. Stellt euch vor, oder wir hauen nun ab in die Fantasiefeld. Und da rülpst, wenn man furzt und furzt, wenn man rülpst. Family Guy ist nicht so mein Ding, deswegen kenne ich das leider nicht. Apfel, Juhu. Habt ihr hier gerade Apfel gesehen, oder? Apfel, Apfel, Apfel. Hallo? Daniel, ich bin auf Ebene 22. Alter. Lol. Und hier ist ein Dorf. Lava. Hier sind die ganze Zeit am Dorf vorbeigelaufen. Lava. Oh, lol. Jetzt sehe ich das sogar auf der Karte. Hallo. Na, was bist du? Du bist ein Metzger. So. Leider habe ich beides davon nicht. Okay. Alter. Verbrennung 2. Wie geil. Was kostet das? Äh, das kostet ein Buch und 20 Smaragde. Ja, vergiss es, Alter. Ich komme aber jetzt mal schnell zu dir. Du bist noch unter der Erde, oder? Ja, klar. Äh, ich hoffe, ich weiß jetzt noch den Weg. Denn es wird dunkel. Äh, Daniel? Ja? Oh. Heißer Kanin. Hier. Was ist? Lava. Alter, warte doch mal. Ich weiß nicht mehr den Weg. Ich will nicht sterben. Ja. Ich kann dir auch nicht helfen. Das ist dieser ausgeleuchtete Weg von eben. Ja. Dann musst du irgendwo ein Loch suchen. Und dort kannst du dann rein und dann führt er auch wieder so einen Weg ganz nach unten. Alter, ich weiß nicht mehr, wo ich hin muss. Ich bin jetzt hier, wo wir waren, aber ich weiß nicht, wo wir runter gegangen sind. Oder? War das jetzt hier? Oh! Oh, ich wär fast noch unten gefallen. Oh, ich wär fast noch unten gefallen. Also ich bin schon wieder nach dir, bei dir. Ja, du musst damit so ein... Durch ein... Einblock großen, äh... Im Boden ist das auch, äh... Durchgangsdurch, sag ich mal. Ja, bin ich, aber das war nicht ausgeleuchtet. Ne, danach ist auch nicht mehr ausgeleuchtet. Ne, danach ist auch nicht mehr ausgeleuchtet. Ich leuchte generell eigentlich nie aus. Hä, das ist voll dumm. Gold, sorry. Obsidian, Kohle, Kohle. Alter, ich hoffe, ich bin hier richtig. Alter, ich weiß nicht, wo du bist. Kannst du meinen Namen nicht sehen? Nee. Ich kann aber deinen sehen. Ich sehe hier Lava, ich sehe Eisen hier die ganze Zeit. Oh Gott, da hinten. Doch, doch, jetzt sehe ich deinen Namen. Ja. Ich bin auf Ebene 12. Ja, wo bist du denn runtergegangen? Hier runter? Alter, Daniel, das wird noch richtig groß hier. Ja. Ja. Warte, 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 Verstätigung, ist noch nicht da? Alter, komm, mach mich glücklich. Ja. Ja. Geil. Also, mindestens einen habe ich. Alter, ich will sie dir doch nach unten. Ich will nicht, Alter. Das war... Was? Das war nur zwei Diamanten. Ja, das heißt, wenn man es so sehen will, haben wir schon mal den Verzauberungstisch. Nee, wir brauchen ja erst mal drei und dann zwei. Also, sprich, für überhaupt Verzauberungstisch brauchen. Ich bin wieder da. Guck mal, und ich bin so eisend. Weil ich so nett bin, gebe ich dir einen ab. Juhu. Dafür gibt's mir... Sechs Eisen. Kann ich dir nur geben, wenn ich... Warte, ich mach mal eben erst ein... Ähm... Eisenherz geht auch. Ja, warte, ich mach jetzt erst mal eben hier ein Crafting-Table. Boah, Alter, ich hätte gerade fein an Lava gefallen. Alter, bitte geh mir nicht drauf. Ernsthaft. Nee, nee. Geh mir hier ja nicht drauf. Komm schon, komm schon. Dias, Dias. Oh, das ist schon eine Frau, aber ich kann es schon. Ach so, Pascal, ich brauche ein bisschen Essen, wenn du was hast. Ja, sofort, Vater. Weil da habe ich wirklich noch wenig. Und dann kannst du dir hier auch hier Eisen rausnehmen. Ja, ich warte hier wieder auf meine Bezahlung, so gesehen, für den DIA. Ja, das soll ich auch noch kurz zu sagen. Obwohl, wir schmeißen die DIAs ja eh zusammen. Ja, das stimmt. Aber dann können wir es aufteilen, mir ist das egal. Mir ist das ja wirklich egal, aber... Lass uns die hier unten aufteilen, falls einer tatsächlich draufgehen sollte. Richtig. Alter, soll ich dir sagen, was ich mir mache? Soll ich dir ernsthaft sagen, was ich mir jetzt mache? Ich habe da ja eben Wasser gesehen. Ich nehme jetzt mal eben hier das Eis und mache mir einen Eimer, dass ich ein Wasseralber dabei habe. Ja, und ich sehe hier einen Creeper. Kriegst du es hin? Ja, klar. Oh, 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 oh. Ja, hallo? Und der ist groß. Nice. So, das sei es, jetzt pass mal auf. Und zack. Noch mehr Lapis Lazuli. Ich habe hier erstmal Lava weggemacht und da ist Oxidian draus geworden. Ja, ich weiß. Das kann sich auch nicht mehr nehmen. Oh, Redstone. Geil. Alter, ich habe jetzt schon wieder ein Stack Lapis Lazuli und Redstone jeweils gefallt. Gold ist sehr geil. Gold habe ich auch schon. Ah, das ist gut. Aber auch nur zwei.